Hallo zusammen, willkommen zurück bei Soraya Millionär. Heute geht es mal darum, ein Threshold-Team aus der Champion- und Challenger Europe zu bauen und dabei unter 1200 Euro zu bleiben. Bleibt dabei! Um Teams zu bauen, müssen wir natürlich erstmal wieder in Soraya Data abspringen. Hier unter Soraya Data bin ich jetzt unter Scouting und Player-Finder gegangen und habe schon mal meine Einstellung vorgenommen, die ich normalerweise für Threshold-Spieler mir raussuche. Schauen wir uns mal meine Grundeinstellungen hier bei Soraya Data an. Hier natürlich erstmal immer die Position, nach was man gerade sucht, dass die Soraya lizenziert sind, sprich alle Vereine und Ligen dabei sind, die von Soraya erfasst werden. Beim Playing-Status schließe ich eigentlich immer nur für Threshold-Spieler die Reserve-Spieler aus. Substitutes und Starter lasse ich drin, weil gerade so nach Winterpausen oder auch nach Länderspielen, wie auch immer, kann es gut sein, dass Substitutes vielleicht doch auch mal zu Starter werden. Deswegen will ich die nicht direkt von Anfang an mit ausschließen. Was noch wichtig ist, natürlich keine Injuries und Suspensions. Den Rest können wir auch wegklicken. Klubs lasse ich auch erstmal offen und bei den Ligen, die ich mir angeschaut habe, wie im Intro erwähnt, Champion und Challenger Europe. U23 lasse ich hier erstmal aus und ich schränke mich normalerweise auf ein Alter von 25 bis 34 ein. Das ist normalerweise so die Peak-Zeit für die meisten Spieler, in der sie relativ konstant ihre Punkte holen können. Kann man natürlich auch alles erweitern, aber das sind bei mir erstmal die Grundeinstellungen. Was ich mir dann angucke, ist für Threshold-Spieler nur die letzten 15 Spiele. Die letzten 5 Spiele, wenn die dann zu gut abschneiden, ist es oft so, dass die Spieler diesen Hype bekommen und dadurch zu teuer werden. Und ich will ja eigentlich für diese Threshold-Teams, die konstant, ich sag mal zumindest 4 Mal pro Monat, die Punkte holen, die 0,01 oder 0,02 ETH, dass die Spieler konstant ihre Punkte eben holen. Was ist hierbei wichtig? Der wichtigste ist vor allem der ESO5-Score-Average, dass der irgendwo zwischen 45 und 60 liegt. Wenn man dann eben 4 Spieler auf dem Platz hat mit jeweils 50 Punkten, hat man die 200 Punkte. Dann kommt hier noch der Kommentorwart dazu, den ich jetzt hier auch in dem Threshold-Team verwenden würde. Und dann komme ich auf die ungefähr 220 bis 230 Punkte und wenn man dann auf 5% mal als Bonus ansetzt, kommt man in die Nähe von den 250 Punkten. Also kann man definitiv die Thresholds auf den großen Threshold mit abgreifen. Bei dem Decisive-Action-Score habe ich 30 eingestellt. Die Basis ist ja eigentlich 35 für jeden Spieler, der von Anfang an spielt. Ich habe es nur ein kleines Stück nach unten geschraubt, um hier noch ein bisschen was mit reinzuholen, weil ich eben auch die Games-Blade nicht auf 100 gestellt habe, also nicht, dass alle Spieler begonnen wurden. Und genauso wie bei den Game-Start bin ich auch noch von 70 bis 100. Hier kann man irgendetwas zwischen von 70 oder 80 bis 100 eingeben, um da auch noch eine größere Auswahl an Spielern zu bekommen. Bei dem All-Around-Score-Average bin ich jetzt von 20 bis 100 gegangen, also Größe als 20 ist schon enorm viel für ein 15-Games-Average. Was ich aber immer mache, ich fange immer hoch an und schraube mich dann langsam runter. Normalerweise lasse ich dann auch beim ersten Mal, wenn ich die ersten Search-Results mache, erstmal die ganzen Preise offen und suche dann einfach mal drauf los. Und dann, wenn ich hier ein Gefühl dafür bekomme, wie die Preise ungefähr sind und was ich bereit bin auszugeben, schränke ich das erstmal weiter über den Preis ein. Und dann, wenn ich den Preis eingeschränkt habe, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, ich will hier eben den jetzt sofort kaufen, deswegen gucke ich jetzt noch den Best Market Price und finde hier jetzt noch 8 Spieler. Und wenn ich jetzt eben bei den 8 Spielern bin, dann kann ich dann ja immer noch sagen, okay, wenn ich da immer noch mehr Spieler davon mir angucken will, gehe ich dann immerhin so zwei Schritte nochmal runter, um einfach zu gucken, wie viele Spieler noch dazukommen und welche Spieler da zur Auswahl stehen. Also man wird hier nicht immer sofort bei jedem Suchvorgang immer sofort seine richtigen Spieler finden. Man muss das halt so weit wie möglich filtern, aber trotzdem immer noch ein bisschen ein Fenster offen lassen, um einfach mal zu schauen, über den Tellerrand hinaus zu schauen, was es da sonst noch so gibt am Markt. Gut, dann kommen wir aber direkt mal zu dem Team, was ich zusammengestellt habe. Ich denke, das ist ein ganz gutes Team. Auf was ich geachtet habe, sind zumindest, dass es Spieler sind, die alle, sag ich mal, Potenzial haben, noch zu steigen im Wert. Ist für mich immer wichtig. Also ich habe jetzt keine Spieler genommen, die schon enorm teuer sind oder gerade im Hype sind, sondern eher vielleicht gerade auf dem Level sind, wo sie eventuell wieder an Hype entweder gewinnen können, sprich im Wert steigen können oder auch einfach durch jetzt konstante Punkte auch im Wert steigen können. Eventuell auch Transfers könnten eine Rolle spielen, dass die Spieler steigen werden im Wert und dass das Team eigentlich einen relativ gefestigten Tabellenplatz hat und eventuell auch international spielen kann, sodass auch mal Spiele unter der Woche mit drin sind und eben Thresholds nicht nur am Wochenende, sondern vielleicht auch manchmal unter der Woche abgegriffen werden können. Dann fangen wir direkt mal an mit einem nicht unbekannten Koray Günther. Man kennt ihn eventuell, spielt momentan bei Hellas Verona. Wie man hier sieht, hat er einen relativ konstanten Punkteschnitt um die 50. Meiner Meinung nach perfekt, vor allem zu dem Preis aktuell. Ist relativ günstig zu haben. Hier kann man jetzt zum Beispiel ganz gut sehen, dass er hier jetzt ein paar Spiele gehabt hat, wo er nicht gespielt hat. Deswegen sind die hier noch relativ weit unten. Aber wenn man mal im Transfermarkt reinschaut, da habe ich ihn schon mal aufgemacht, da sieht man, dass er hier Wadenprobleme hatte, aber sonst eigentlich als Innenverteidiger gesetzt wird. Und wer es ein bisschen schon mit Soraya auskennt, der weiß ja, dass normalerweise Innenverteidiger in der Verteidigerriege die oder höhere Punkte im Schnitt bekommen als zum Beispiel die Außenverteidiger. An der Stelle, von daher ist er für mich eigentlich ein gesetzter Spieler bei Hellas. Und Hellas ist momentan auf dem neunten Platz. Haben jetzt nicht super performt, aber hier ist definitiv noch Platz nach oben. Die können eventuell noch anschließen auf die internationalen Plätze. Also hier bleibt es abzuwarten. Bei Cora Günther gab es außerdem das Gerücht, dass er eventuell zu Hertha BSC wechselt. Also bei einem Wechsel vor allem nach Deutschland oder in die Deutsche, in die Bundesliga, wird das bestimmt auch nochmal den Preis treiben. Von daher, das wäre der Mann für die Abwehr. Für das Mittelfeld. An der Stelle muss ich sagen, einen Spieler habe ich selbst in meinem Team. Jordi Klassi, wie ihr hier sehen könnt, habe ich ihn auch in meinem Team. Ist für mich auch ein ziemlich souveräner Threshold-Spieler. Für 266 Euro beim AZ Alkmaar. Also auch ein guter Mittelklasse-Verein in der Rd Wies. Wenn man ihn sich mal anschaut, war er auch jemand ganz nahe Spieler bei den Niederlanden. Und wenn man die Spiele anguckt, also normalerweise, wenn er spielt, ist er gesetzt und spielt auch die 90 Minuten durch. AZ Alkmaar, momentan auf dem fünften Platz. Also hier definitiv auch in den Rängen zu Europa. Und kann nicht schaden. Also im Sturm habe ich mich für einen Stürmer vom SS Lazio entschieden. Pedro ist schon ein bisschen älter, der Stürmer. Aber holt solide Punkte. Also wenn er Tore macht, dann kommt er hier auf jeden Fall in die grünen Bereiche. Und auch im Normalen, wenn er jetzt keine Tore macht, ist er hier trotzdem im guten Durchschnittsbereich drin. Und von meiner Meinung nach für 496 Euro aktuell ist das auf jeden Fall kein schlechter Mann für den Sturm. Wenn wir uns nochmal auf Transfermarkt kurz seine Leistungen von dem Jahr angucken, dann kann man sehen, dass er jetzt gerade eine Verletzung hat. Ich weiß nicht, wie lange die Verletzung jetzt noch andauern wird. Aber hier, wenn er spielt, seht ihr, hat er Vorlagen oder macht die Buden und spielt auch fast jedes Mal durch. Also hier ist auf jeden Fall einer, der zu dem Erfolg von Lazio momentan am achten Tabellenplatz auch mit beigetragen hat. Und auch Lazio, also ist hier ganz nah dran in den internationalen Plätzen. Hier wird es auch noch heiß um die internationalen Plätze gehen, denke ich. So, nachdem wir Abwehr, Mittelfeld und Sturm jetzt besetzt haben, können wir uns jetzt noch die extra Position angucken. Hier habe ich mal drei Spieler mitgebracht. Eigentlich gedacht für die Position war Christian Borja von Alanyaspor Kulübü, also spielt in der türkischen Liga. Und meiner Meinung nach ist das einer, der auf jeden Fall Potenzial hat, noch zu steigen. Ist aktuell relativ günstig zu schießen für 167 Euro. War jetzt hier lange Zeit verletzt gewesen vorher. Hatte hier eine unbekannte Verletzung, also weiß nicht genau, was es war. Aber scheint sich jetzt gerade wieder zurückzuarbeiten. Also wird jetzt hier immer länger eingesetzt wieder. Und wenn er einsetzt, als Linksverteidiger hier den direkten Assist aufgebracht, bringt er gute Leistung. Und ich denke, dass er sich normalerweise hier so in der Riege irgendwo einspielen könnte. Wenn er das natürlich tut, dann wird auch der Preis dementsprechend steigen. Wenn jetzt hier erstmal die L15 und die L5-Werte hochgehen, wenn er wirklich konstant spielen wird, dann wird der Preis automatisch steigen. Selbst wenn man ihn jetzt für die Thresholds mal für zwei, drei Monate spielen lässt, und er ist dann im Preis verdoppelt, hat man natürlich allein schon durch den Trade hier einen super Schnapper gemacht. Mit Alanyaspor hat er auch ein gutes Team um sich. Natürlich momentan sind sie hier in der türkischen Liga, Super League, auf dem dritten Platz. Also spielen hier definitiv um die vorderen Plätze mit. Dadurch hätten wir ihn als zweiten Defender, hätten das erste Team quasi voll. Wenn man jetzt aber nicht ihn nehmen würde, sondern lieber nochmal aufs Mittelfeld ausweichen will, habe ich mir mal Sven Kums rausgesucht, von KAA Gent. Bei ihm ist es so, dass er auch hier relativ solide Werte bringt über die letzten 15 Spiele und hier auch momentan relativ günstig zu haben ist. Also wenn man es auch mit den monatlichen Preisen vergleicht, ist er momentan günstiger zu haben. Das heißt, er kann auf jeden Fall auch wieder ansteigen im Preis. Wenn man bei ihm auf die Spiele mal schaut, sieht man, dass er oft auch als Kapitän gesetzt ist, wenn er denn spielt. Und hat jetzt hier aber mal ein paar Spiele gehabt, wo er nur kürzer im Einsatz war. Das heißt, hier ist so ein bisschen fraglicher die Position. Aber meiner Meinung nach ist er auch für den Preis, wenn er jetzt noch ein, zweimal bessere Punkte bringt in den 50er Bereichen und die L15, also die letzten 15 Spiele prozentual wieder nach oben geht. Das heißt, wie der eigentlich öfters spielt, wird er auch hier im Preis steigen. Also sowohl Investment als auch Threshold-Spieler. So, jetzt noch der letzte Spieler, bei dem ich noch überrascht war, dass er noch so günstig zu haben ist, Lucas Vazquez. Hier hatte ich erst gedacht, ja, den holt man sich als Stürmer. Ja, für den Preis wäre das natürlich ein Traum bei Real Madrid. Aber bei Real Madrid weiß man ja eigentlich, dass Vazquez nicht im Sturm spielt. Vazquez spielt nämlich eigentlich als rechter Verteidiger bei Real und ist aber hier bei Soraya Data noch als Stürmer geführt. Allerdings sieht man dann auch, wenn man mal auf seine Karten geht, auf die Offers, dass die Karten, die günstig sind, ist ja schon die Mittelfeldposition. Also wenn man die Stürmerkarte sucht, dann muss man hier direkt auch fast das Doppelte auf den Tisch legen. Also hier müsst ihr generell immer aufpassen bei Soraya Data, wenn ihr die Karten dann kauft, auf welcher Position er wirklich gelistet ist. Ich hatte auch schon mal den Fehler gemacht, dass ich einen Stürmer gekauft habe und dann aber kaufen wollte, aber dann die Mittelfeldkarte gekauft habe. Und wenn man ihn natürlich als Stürmerkarte hätte, ist das natürlich super, weil er bringt dann halt trotzdem relativ konstant seine 65, 60, 55 Punkte. Also irgendwie um die 60 Punkte. Und das ist natürlich super gut für den Stürmer, wenn man das konstant bringen kann in einem Threshold-Team. Ja, für einen Spieler von Real Madrid in den Punkten zu dem Preis eigentlich auch auf jeden Fall eine gute Wahl, wenn man halt die Extraposition mit dem Mittelfeld besetzen will. Man muss klar ein bisschen mehr auf den Tisch legen, aber hat dafür auch einen Topmann. Und wenn man mal guckt, aktuell ist er eigentlich auch noch nicht so teuer im Vergleich zur Vergangenheit. Klar, er gewinnt momentan an Wert, aber man kann hier vielleicht mit einer günstigen Option, wenn man den irgendwo nochmal hier um den Preis schießen kann, auf jeden Fall gut. Ansonsten halt die Option, den direkt vom Manager Office hier zu holen für momentan 438 Euro. Was jetzt natürlich noch fehlt, sind die Punkte, die durch den Kommentorwart mit dazukommen, genauso wie der XP-Bonus, der ja auch noch oben drauf kommt. Ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass man ungefähr 25 Punkte pro Spiel mit einem guten Kommentorwart holen kann. Das ist noch eher defensiv angenommen. Die kommen dann also noch oben drauf und dann auf diese Summe diese mit 5% Bonus noch multiplizieren, sodass man eben den Endwert hat. Dann kommt man auf die folgenden Werte. Bei dem ersten Team würde man dann auf einen Durchschnitt von 240 Punkten kommen. Bei dem zweiten Team wären es knapp 247 Punkte L15 Average. Und beim dritten Team würde man auf knapp 244 Punkte kommen. Welches Team würde ich jetzt auswählen? Ich würde nach wie vor mit dem ersten Team gehen. Hier denke ich, dass zum einen Potenzial da ist, dass die Spieler im Wert steigen können und man diese dann eventuell flippen kann und dadurch wieder teure Spieler kaufen kann. Zum anderen denke ich auch, dass hier mit Ausreisern nach oben immer mal gerechnet werden kann, sodass eigentlich die 204 Punkte bzw. 205 Punkten der kleine Threshold immer erreicht werden sollte. Außerdem ist mit dem Team die Wahrscheinlichkeit nicht zu gering, dass auch mal die 250 Punkte geholt werden können. Das war mein Threshold-Team aus der Challenger und Championship Europe. Sagt mir doch mal, wie ihr das Team findet. Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr noch nicht bei Soraya seid, nutzt meinen Affiliate-Link, um euch bei Soraya anzumelden. Dadurch erhalten wir beide eine Karte, eine Limited-Karte gratis nach eurer Anmeldung, nachdem ihr fünf Karten auf dem Markt ersteigert habt. Und als Extra bekommt ihr von mir meine Karte an euch zurückgesendet, sobald ich diese von Soraya erhalten habe. Für alle, die noch nicht bei Soraya angemeldet sind, hier bei mir bekommt ihr zwei Limited-Karten gratis. Wie? Ihr meldet euch einfach über meinen Affiliate-Link an und sobald wir beide die Karte erhalten haben, werde ich euch meine auch zukommen lassen, sodass ihr mit zwei Karten bei Soraya starten könnt. Dazu einfach das Video liken, meinen Kanal abonnieren und über Instagram folgen.